Die zu veräußernde neuwertige Zwei-Zimmer-Souterrain-Wohnung befindet sich im Rheinisch-Bergischer Kreis. Die Wohnung wurde 1995 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Zouterrain-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 135.000 Euro. Wir freuen uns, die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017